Ok Freight, ok Freight, Super Super Signal, Super Signal, 7 Radio Super 5 hier in Rotamsee, Rotamsee, Roger, Roger, thank you for Kontakt, thank you for Kontakt, my name is George hier, bye bye 7-3 my friend. Ah, jetzt in der Rotamsee ist auch mal wieder QRV hier. Ja, Achtung nochmal die Frequenz, Achtung nochmal die Frequenz, hier oben auf die Karte Evo 1-0-3 aus Stuttgart, am Mikrofon der Bus ab. Ja, da probieren wir es nochmal, Achtung Südamerika, Achtung Südamerika, Achtung Costa Rica, Achtung nochmal Costa Rica, attention station is from Costa Rica, Südamerika, QLZ, QLZX, this is a 1-0-3 Division Charlie Echo, 1-0-3 in Leasing, fault with Germany in the Frequency. Attention Singapur, attention Singapur, attention Singapur, attention Singapur, attention, this is a 1-3 Division Hotel November 7-5-0, attention Singapur, this is Hotel November 7-5-0, oah? Ja, das reicht, aber dann liegt der mir ein bisschen unter, da muss man ab und zu mal Koordinaten schmeißen, wenn man solche Stationen hat, HI. Ja, ja, Gustav, ja, da kommt, Gustav, ich habe gerade jemanden drauf, aber sind wir vor. Ja, Roger, ja, ich schaue drauf, aber Richtung, ein Moment, die Station von Holland, äh, Indonesia, Indonesia, äh, diese Ecke ist auch, habe ich ein bisschen was gehört, aber noch nicht stark genug. Okay, Roger. Ja, mein Freund, mein Name ist Udo, Uni von Delta Oskar, und wir können Sie hier in New Munich, Roger. Ja, ein sehr starkes Signal hier in Munich, sehr starkes Signal von Munich in der Newcastle, mein Freund. Roger, Ihr Kote-H ist Newcastle, äh, was ist Ihr Name? Mein Name ist Jan, India Alpha November, India Alpha November, 26 Charlie Tango 591. Back to you there in Munich. Okay, Jan, Roger, Ihr Signal hier 5 in Newcastle. Ihr Signal hier mit Viva ist ein ICOM IC 7400, Ausford 100, last one. The QD is in Glasgow in Scotland, name is Godwin, name is Olaf, Oscar Niemann Alpha Foxport. Olaf is the name in the QD, it's, uh, Stuttgart, the Stuttgart is the city, Stuttgart is the capital city here in South Germany, QV. Now. Schuss Nachka Vielen Dank.